Hallo! 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 Ah, ganz gut, Leder! Hehe! Ja! Ja! Ja, mein Zeit! Mein Zeit! Hi! Ja! 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 Verstanden! Marker! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Wir sind da meistens irgendwie einser. Sorry, falsches Channel, aber direkt bei meiner Position wird von Panzer befassen. Achtung, bei mir viele Feinde, um einen Ping. Ein Panzer ist auf 6er Linie F gemerkt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du machst dann Richter direkt vor dir am Tor als Infanterie. Ja, verstanden. Ja, okay, ist gerade weg. Feuert worden von der ART. Ja, die ART feuert voll runter. alles umgehen achtung hier auf diese position sind viele rübergerannt das wird mein ding direkt meine geld wenn du lust hast kannst du auch vom rechten hq sparen da liegen 150 supplies auf der linie da könntest du noch die restlichen punkte bauen ich habe meine notes schon alle gestört alle schon okay alle drei und ich bin am hartkipp gerade oder am hartkipp ja dann weitermachen panzer find panzer noch mal wieder find panzer enemy tank enemy tank find panzer wer auf ping find panzer enemy tank smart k 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 Bei OP Wofür bin ich meddig, wenn ich es nicht probiere? Achso, recht OP steht Ich habe jetzt einen Panzer in der Luft, mein Panzer warst. Panzer? Panzer fährt. Der Tank geht. Achtung, direkt in die Straße wird es mit einem Geo geschlossen. Mittig G5 ist eine Garni gemeldet worden. Auf Observe. Versucht mal irgendwie zu flankieren und dahin zu kommen. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Noch mal bitte. Panzer. Oh, Achtung, dahinter sind noch ein Haufen. Hoch in der Grün drinnen. Kannst du noch mal ping? Ja, verstehe ich. Anniere tank, find pancer. Okay. Leute, gleich beim OP sind drei Leute. Einen habe ich. Versuche euch neu zu stellen. Sehr offensiv und unter Artifeuer, aber steht. Danke. Und Panzer ist direkt um die Ecke. Also ich könnte nach Telau oder Engine mit Setschel oder Assault mit Setschel. Vorsicht auf meinem Denkmarker ist im Panzer. Gleich um die Ecke. 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 Können sie nur OP stellen? Ja. Nicht mehr um die Ecke. Naja, ist weg. Ich bin tot. Ja, ja. Achtung, direkt in meiner Position, die gestorbenen in den Haus drinnen. Kommen sie jetzt rum. Ja, ja. Ich denke, wir müssen zurückfahren. Ja, ja. Geht mir erstmal in die Verteidigung, bitte. Verstanden. Geht nicht so nix los, Lord Gräutle. Das war's für heute. Wir bleiben erst mal Verteidigung. Aber ihr könnt schon einen guten Umkreis decken, wenn ihr was seht, melden. Jawohl. Auf Observe ist mir gegen Roshulani gemeldet. Also lassen wir in Richtung Observe pushen. Auf Deckmarker ist ein Panzer gemeldet. Das 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 ist ein Panzer gemeldet. Richter, wenn du das nächste Mal stirbst, wäre es geil, wenn du als Engie wiederkommst und dich an dem Panzer 4-Ühr kümmerst. Wenn du ihn immer wieder reparierst. Ja, verstanden. Das ist ein Panzer gemeldet. Das ist ein Panzer gemeldet. Das ist ein Panzer gemeldet. Die sind auf jeden Fall sehr nah Richtung Sinn. ja so kommen die dämpchen rum Südöstlich vom Mopi, Pass Richtung Ost, direkt auf meiner Leiche, direkt auf meiner Leiche. Ich bin auf dem Weg zum Panzer 4, er ist Richtung Osten wieder zurück, ich bin Richtung Osten abgezogen, ist wieder direkt auf meiner Leiche, ich habe leider keine Granaten, achso er kommt nach vorne, mein Sieg. Ich versuch sie zu holen. Aber Rauch, Nebel, da ist noch einer auf meiner Leiche, noch einer direkt an der Ecke. Ja, da hat mich die Granate geworfen. Scheiße, ah guter Versuch. Verdammt, Panzer 4 wurde kurz vor mir, ist verstört, bin nicht mehr rangekommen. Das ist ein Förderer, wir holler. Scheiße, ich habe nur zwei bekommen von den drei. Panzer auf Ping, eigentlich ein Panzer auf Ping. Okay, wir bleiben bitte weiter in einer offensiven Verteidigung. Kannst du auch noch eine auf Ping? Haben wir eine Panzerabwehr? Ja. Ja, hier wohl gehört. Achter, Traim, direkt bei unserem defekten Panzer 4. Panzer 4, wo? Nein, da ist ein Traim. Verstanden. Verstanden. Ja, jetzt stellen wir eine Pack auf. Kannst du das Ping? Ich bin raus, ich bin tot. Also auf dem Observe ist ein feindlicher Panzer gemeldet. Feindbewegung auf Ping, Feindbewegung auf. Kannst du noch mal einen Außenposten feststellen? Ist Infanterie gemeldet. Ich melde dir gleich nochmal den feindlichen Panzer. Der hat sich zurückgeschoben. Kannst du auch noch einen Außenposten stellen? Spawn stellen ja noch gar nicht. Ich verstehe gerade leider gar nichts, aber ist Infanterie richtig oder? Mal schauen wir mal. Ja, Infanterie richtig. Positiv. Ah, wir haben so ca. 70. Bei 70 haben wir noch einen feindlichen Panzer. Kann ich aber jetzt nämlich pingen. Panzer ist hier, Panzer. Ah, ja, es ist already supported. Anruf. Ich vertraue mich um die große Färm. Ach, ich werde aber mal auf die Verwaltung zurückfahren. Ich werde noch zu schnell gehen. Ja. Was ist das? Die große Färme? Supply Drop! Supply Drop! Direkt wo der raus ist! Find Supplies! Danke! Scheiße, bin da und die Straße rund! Ja, da liegt doch einer auf den Silos, mit Sicherheit! Ja, von da auch! Okay, wir sollen Verteidigung gehen! Okay! Verstehen wir, geht hier noch nie! Also vermutlich, das ist irgendwo eine C-Linie gar nicht, weil unser HQ, unser AT wird von einem normalen Inventory Team angegriffen! Find Garrison! Auf Pink! Find Garrison! Auf Pink! Jungs, ich wurde von da beschossen! Okay! Zweite Push! Ne Ghani Marker! Abonniert! Ja! Achtung, ihr feuert irgendwo einen Sniper hin, irgendwo aus, glaube ich. Okay, wer Lust hat, ist frei auf dem LHQ zu sparen, nicht auf dem mittleren, weil das wird bekämpft. Also um das LHQ in der Mitte wieder frei zu kämpfen. Also das heißt, wenn du Bock hast, kannst du gerne auf das Holt wechseln oder Angriff, Angreifer, keine Ahnung, wie das Deutsch heißt, und versuchen das LHQ frei zu kämpfen. Was versuche ich dann? Also die Seiten nicht auf der Mitte spawnen, sondern rechts oder links und reinlaufen, da ist wohl mehr als ein Sniper die. Aber eigentlich bin ich mit der automatischen Waffen nicht so besonders. Äh, gut, also ich weiß nicht, welches Level du hast, weil es gibt ein Level, wo du ganz viele Granaten hast. Ja, nee, ich hab Assault nicht besonders hochgeschrieben. Find Panzer! Okay, dann vielleicht jemand anders. Find Panzer. Also Assault hab ich auf zwei. Na, da ist vielleicht jemand anders besser angeeignet. Also was ich vorher hab, ist Medic. Äh, Medic ist halt, glaube ich, gerade nicht so gefragt. Ich merk's. Also. Ich brauche auch. Ja. Ok. Zweiter Feindpanzer, auf Ping, zum Schirmeln, Stonards-AT. Ja, also am HQ, am mittleren, das ist ein normaler Infanterietrupp, das heißt sie müssen irgendwo, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, in der C-Linie müssen sie ihren OP zu stehen haben. Ich versuche jetzt erstmal weiter ein offensives OP zu setzen, und dann geht mir in Angriff, wenn ich das schaffen sollte. Achtung, unsere Damen ist heißen. Und soviel dazu. Ähm, wo ist denn der AT? Hier steht der Panzer drinnen. Ja, ich komme gerade schon. Der hat mich gerade aus dem Park von hinten geschlossen. Ja, ich komme schon. Ja, ich versuche erstmal die C-Linie freizuräumen. Nein, das ist vollkommen. Ja, ich komme auch zur Hürde. Ja, wir gehen hier, wir gehen. Ja, ich komme jetzt hier. Ja, ich komme jetzt hier. Den Stuart kann so schön von der Null. Oh, scheiße. auf attack marker ist ein bisschen äh vor meiner nase jungs liegt der panzer da musste man mal außen passen stellen ich spawne ich stehe nicht an der ghani kostet ein ressourcen auch ja ich versuche es gleich habe hier auch schon infanterie movement am rechten opi infanterie ist direkt hinter der ghani panzer ist weg jungs die formeligen supplies das unsere Jungs, die auf meiner Position stehen, warum auch immer Richter, bei mir sind ein paar Leute, Vorsicht Ja, verstanden Ich glaube hier hinten hin Richter, könntest du mit mir zu Flutters Haus kommen, da eine Garni hochziehen Moment, wo bist du? Warte mal, kapitaler Feindbeschluss ist da extrem Richter, der ist hinter die Box abgeholt Ja, verstanden, ich versuche es so Wer ist da, und ist noch einer? Ja, und wo? Nötig draus, Achtung Direkt vor mir, Außenpostenwelle, okay, den haben wir zerstört, der Sommer ist wichtig Den hab ich schon Wo? In der Brücke über uns Nach mal Zwirtenag auch Sehr schön, okay, ist weg Das könnte mich der Sommer hier in Super Wir wollten hier angreifen, die Sicker Merlin, äh, sind ich jetzt mit dir irgendwo hin, hast du gesagt? Ich hab dich wohl nicht so, hab dich so verstanden Ich hätt gern Supplies auf unserem, äh, Punkt Sanken Village, oder was das heißt Bin gleich wieder da Achtung, was liegt dieser Richtung? Super, danke Super, danke super aber cool wenn du es schaffst auf meinen Request Supply Marker Supplies abzuschmeißen Define Karnel direkt bei mir Jungs die Cap Ok die Garn ist down Ok alle in die Verteidigung Jungs Gegner ist jetzt im Tief Fank ist auf den Supplier bitte und Pief für Supplier steht und Pief für Supplier steht das ist Ich bin bei mir in Kette Anzahl Ja ich kann es sehen, ich komme noch nicht ran Wir sind mehrfach gemeldet Sorry, dass es nicht Ja Nevermind Okay. Nach der Panzer, nach der Panzer Da sind seine Zwicketten Ah, ihn ist weg hier Hast du gesehen, wo der Sniper ist, Richter? Nein Richter, kannst du bitte zu mir kommen und den Messerkleist entschmeißen? Nein Auf, auf, surf ist ein feindlicher Spawn gemeldet Servus Hallo Versuch mal bitte den Panzer auf Attack Marker zu verteidigen Dann geht er Ja Ja, lass mal hier weiter die Stimme runter gucken, da müsste irgendwo eine Garni oder so stehen Leute, die nehmen Schuhe an Ja, ich verstehe Dann Ja, ich verstehe in der nähe vom attack marker geht gerade ein feindlicher airhead runter da gehen wir jetzt als nächstes hin er ist zerstört tschön wie es heißt ein aufklärer vielleicht sein Achtung 9 von links bei Feld auf Ping Ja, das ist Infanterie gemeldet voraus. Ok, ich hab nur 4 geschnitten der Gran Arte. Weiß ich, da war einer denn. Ich hab feindliche Garnison entdeckt. Ja, nur Pizestatien. Garnison zerstört. Na schön. Da hinten Feinde. Direkt auf Ping. 440, naja. Ist da Infanterie, oder? Ja, Infanterie. Unter der Mauer ist er lang gelaufen. Hier vorne ist noch eine Feindkette. Der Schauspieler. Oh, der Schauspieler. Inhalte. Das ist ein Schauspieler. Ich hab einen Schauspieler. Die Schauspieler war. Das ist ein Schauspieler. Der Schauspieler hat den, den kreifen. Ich hab einen Schauspieler. thank you wir schauen wir haben den schon ja die haben den schon am liebsten werden wir es schaffen die der preis auf dem defend marke zu verteidigen und dann gar nicht zu basteln du müsst euch bei dem lauf aus dem brüsten war heiß aus richtung süden schießt jemand nein habe ich keine Frage da an der Mauer sitzt da an der Mauer ja der ist da und da ist da der lebt nicht mehr aber der hat auf dich geschossen da ist noch mehr da ist noch mehr der außenpost noch schnell hin hinten da vorne ich geh mal da lang ja medics immer stirbt der medics hier immer in dritter reihe wisst ihr das ist auch der andere unheated das ist das ist das ist das ist das ist da liegen die munition liegt auf dem op ja ich bin nur der ex renegade richter hat muni gell ja hier vorne liegt die eukunde wäre trotzdem geil wenn wir vielleicht schaffen hier vorne weiß nicht wie ansonsten irgendwas die sub in der ghani hochzubasteln aus dem boss stellen durch tauschen ja ich versuche hinzukommen ja der fox ist doch gerade gefallen oder oben am kartenhänd naja wartet ok ich weiß gar nicht was links ist aber richter vorsichtig da ist hier wenn er konntest schmeiß die in den linken in den linken ähm in die linke schmerle vor Ort, Achtung! Ja, verstanden. In der linken Scheibe. Platziert. Versetzt ihr dazu. Ok, dann, wenn du das nächste Mal stirbst, dann irgendwie tauschen dass der nächste Supporter macht. Ja, dann kannst du den Außenposten noch weiter ziehen, da ist der Weg nicht so. Immer noch auf dem Weg und versuch's. Wir müssen hier draußen ein bisschen die Beats sichern, ja. Jungs, aus Nord-Ost. Der Ende-Gate ist zu steuern. Ja, dann noch mehr, oder? Wo ist denn das? Renegate, ich smoke dich. Gib dir Deckung. Ok, so heiß. Von wo kam denn das jetzt so? Ja, das ist Richtung Norden, halt Osten. Dann nicht so viel bewegen, mehr Aim. Na, ich hab mich halt nicht mehr. Meter für Meter. Ok, ganz, ganz, ganz nah an dem... Ok, es ist heiß in der Scheune, wo es ab hier ist. Komm hinter die Ma... Ok, ist weg. Ja, die Rolle jetzt abholen. Ja, wie gesagt, ich bräuchte einen Supporter, der jetzt dann wieder Supplies ablegt. Ich hab grad gewechselt, ich mach schnell. Ich hab grad gewechselt, ich mach schnell. Ich geb' die Stadt once abpakken, da ist nicht moderativ. Der ist da um, dort hinten. ich hatte weil die seite ja ja da hinter der kiste ist es dann zehn sekunden bis nächste mal hier wir gehen auf das karten und gucken ob die langen gar nicht haben genau auf der form hier links war straße wir haben ja schon aufgeholt renegade die kommen wir kommen gleich zurück renegade die haben drei lösungen versuch also zu verschanzen wenn ihr könnt ok drücken direkt von vorne aus der richtung auf den punkt da ist auf jeden fall sehr viel antriegemeldet ja die pushen haben ja wir gehen weiter der verteidigung und wenn wir es schaffen bauen wir da vorne gar nicht so Wir sehen uns nicht mehr, wir sehen uns nicht mehr. Irgendwas, wo er in der Lunde... Sehr schön! Stolz! Supply drop! Find supply drop! Find supplies! Find supplies! Yes, 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 yes! Hold the mark, I'm dead right now! Kannst du mich mit smoke holen? Ach, scheiße, ich vergess immer das... Jetzt kann ich dich... Aber smoke, bitte! Ja, schön, Rauch! Ja, da waren noch zwei, vergiss es! Ich versuch bitte weiter nach vorne zu drücken und... ...die weitere... ...abzuschleißen, ich schiebe mal kurz nach hinten... ...lieg... ...deckse... ...i... ...ie... ...i... Sie sind erschützt. Also da kann man hier über die Straße laufen. Über die Straße. Hier vorne ist einer. Linke Seite. Linke Seite. Granate ist raus. Achtung, Sani zurück. Sani zurück. Sani vorhanden, dass du mal eins misst. Achtung, Granate. Sie haben irgendwo geflogen. Sie haben geflogen. Sie haben geflogen. Oder Airhead. Hier oben ist einer. Vorsicht vorne. Rechte. Rechte, ich bin unterwegs. Ja. 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 Ah, die kommen irgendwo hier lang hier. Ah, wie ja schon markiert. We lost the garrison. Ah, unter der Brücke müsste einer sein. Irgendwo unter der Brücke. Habe ich. Sehr schön, ich habe den. Ich bin irgendwo da, die kommt durch den Rauch. Okay, die sind schon extrem nah. Achtung, Granaten. Granaten sind rein. Einer hielt uns. Einer hielt uns. Vorsicht. Einer hielt den Turm hoch, den linken. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Danke. Fuck, sorry. Ach. Kommt die Straße lang, oder? Direkt vor uns ist einer. Nicht da, was was denn? Ne, komm mal. Das ist da unten an der Straße hier. Panzer hinter uns, äh. Hinter uns, Panzer, Achtung. Oh, hier kommt ein Spreis im Schießen. Scheiß. Da kommt nur noch ein Puck einstecken. Will, Glow, behind you. Behind you, Tank. Okay. Hier hat den gearnet. Ich bin auf der Garni, bei der Brücke jetzt wieder. Ja. Also am besten nach oben wieder an... Da muss der Panzer wahrscheinlich weg. Irgendein Sniper zieht auf die Brücke, Vorsicht Jungs. Merlin, lass mal hier oben nochmal da gar nicht stellen. Ja. Links von dir oben da in der Reihe. Ja, da kommt schon. So, ich bin... Die linken Seite von der Hecke kannst du bauen hier, hier hinter. Ja. So, halb geschützt. Müsst du noch reichen von der Range von der anderen. Ja, auf jeden Fall. Schmeiß mal da hin. Kannst hier schon abschossen. So, Panzer ist abgehauen, denke ich mal. Oh, oben vom Silo geschossen, oder? Dankeschön. Ja, oben auf dem Silo, hockt hier in der linke Silo. Das sah nie halt aus wie hart hier an der Brücke, oder? Oh Gott. Ah, ein Bunker versteckt. Ein Bunker versteckt. Ja, hallo. Ist der richtig? Äh, Panzer hier drüben. Jetzt nimmt's ja. Ich versuch mal da oben rein zu kommen. Ja, links oben da. Ja. Ich bräuchte einen Engie, der hoffentlich den Supply Truck von Fox, der hier gleich reinkommt, übernimmt und hinten noch ein paar Notes bastelt. Ah, kann ich mal hören. Oder, wenn es genau noch ist. Stehen unsere noch, oder sind die weg? In Rot stehen eigentlich alle, brauchen keine Stellen. Na ja, wenn die stehen, dann können wir keine bauen. Supply Air ist wieder frei übrigens. Dann vergiss das mit den Notes, weil, wenn die noch stehen, können wir eh keine mehr bauen. Gehen immer nur drei Notes pro Team. Ich bin aus Süden geschaffen worden. Ich hab' ihn gehetter an die Jungs. Ich hab' ihn gehetter bei uns. Carsten, vom Silo? Carsten, komm' den Silo? Ja. Stehen wir in Süden? Was wir sagen, ja? Ne, vom Silo? Der Sound war schön. Das Kling, oh, Panzer ist hier und da vorne noch Infanterien hinterwerken. Ja, das schöne Kling. Da ist aber noch jemand! Ja, da ist noch mehr hier vorne und da habe ich auf jeden Fall... Ja, da steht eine Garni, da wo wir eine Garni bauen wollten, da steht eine feindliche Garni irgendwo in der Gegend. Versuch mich mal an den Panzer zu hängen, der da umherfährt. Einmal im Ping. Nochmal, wo? Im Aufmerkauf, im Ping, das Feind. Infanterie. Marison ist heiß. Marison ist heiß. Was? Da sind wir nicht. It's not our place. We are other place. Why are you alone? Why are you not, Mr. Scott? Willow. Die schießen zu zweit auf mich weiterhin. I just want to... You play in Call of Duty. You play in Call of Duty. You play in Call of Duty. Was ist denn das? Ich bin hier im Squat hier. Sprich mit Deutsch. Macht sein Ding. Ich weiß, dass wir im Squat dabei sind, oder? Okay, okay. Ich komme zu dir. Wo du recht hast. Ich kann auch über die Map laufen und alle finden. Das ist keine Kunst. Aber wir haben im Squat zu spielen, oder? Na ja, leider ein bisschen zu spät. Ich habe ihn. Aber hier sind mehr. Und die kommen von hinten. Aus Richtung SQ. 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 Danke. Danke. Ja, ist da gar nicht mehr. Armaden reagiert leider nicht. Ich habe schon mehrfach... Aus dem Posten hinten. ...angefordert. Aber... ...interessiert ihn nicht. OP hinten bei den... Vorräten. Auf Ping. Wo du gerade gestellt. Und Infanterie hier dringend. Jungs, habt ihr gesehen wo? Megatyp. Das ist ja... Das ist ja... Die müssen bei mir an der Leiche sein. Scheiße, der... Der saß hinterm... Hinter der Halbkette. Jetzt an dem auch. Scheiße, jetzt hat er mich doch ge... Scheiße, jetzt hat er mich doch ge... Scheiße. Vorsicht, ein Baumstumpfrichter liegt schon... Ja, verstanden. Achtung, bleibt Granate raus. Panzer! Auf mein Ding! Panzer! Auf mein Ding! Ich bin dran. Ich bin dran. Panzer! Ich bin dran. Bestig von meiner... Von meiner Position. Ist Infanterie direkt auf der Straße. Ähm... Achtung auf das Hardcap. Ich bin gerade... Schon gecapt. Naja... Verstandszeug in der Verteidigung. Okay, wir pushen Richtung Verteidigung. Richtung Bombing Run. Und... Und versuchen da... Was rauszuholen. Aber hinter uns kommt der Panzer. Das weißt du, oder? Bis jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall Richtung Westen immer noch nur Pi und... Infanterie. Also wir pushen erstmal Richtung Westen. Fuck. Close Westen. Ja, ich sehe ihn sogar. Scheiße, er hat ihn... Aber auf Pi... Ich gehe mal hinten auf den HQ rein und versuche da aufzuräumen. Wir drücken... Verteidigt erstmal den Punkt. Oder so gut wie möglich. Der OP ist heiß. Ist nicht mehr heiß. Achtung aus meiner Richtung kommt auf jeden Fall einer. Jetzt ist er wieder heiß. Ja, da ist direkt einer. Da liegt der dann Busch hier oben an den Noten oder Whatsapp auf. Wollt er den sicher gesehen, wollten abcampen. Damit wir hier drüber holen. Also einer kommt richtig mal aus Richtung. Auf jeden Fall. Die haben irgendwo... Rechts... Also Richtung Osten... Da müssen wir drüber spawnen, oder sowas. Ich hab zwei... Er würde immer noch für Außenbosten stehen, wenn nicht schon die Ghani. Oben am Wegende. wenn er sich auf einmal umdreht Jungs im Smoke auf der linken Seite, da ist der Held definitiv ein Medic dann Richter vor dir sind definitiv drei Leute jetzt wenn der die aufgibt Oh der sitzt im Busch der Penner, der sitzt rechts neben mir im Busch Der sitzt genau rechts neben mir im Busch drüber Enemy tank Scheiße Wir haben vorne gegen die OP ist nichts mehr Gar nie weg alles Ja ich versuche ranzukommen Bis jetzt erstmal kostet hier eins aber hier ist es auch heiß glaube ich Hier steht eine Garni vor mir auf Zwei Leute habe ich Leute aber da kommt noch ein Fällen Garni vor mir Mitten auf dem Weg Da wo unser OP war Da kommen auf jeden Fall Leute hin Fälle Tank Kannst die Mama ab, die Garni Also das ist eins schon einer Garni gemacht Aber nicht für uns Garni Garni Stimmt das? Fuck die rein Bei mir Nein die Garni ist da oben wo du heute sterben bist Ja da ist, sorry Da ist eine Mark Outpost Enemy Outpost Over there Enemy Outpost Auf ping Auf ping Yes 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 Wait 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 Keimdauern Scheiße hau Ich bin tot Ja Ja Ich korrigier's gleich Der läuft gerade über meine Leine Auf der Straße Nordöstlich Schießt man Ist direkt in derselben Linie wie unsere Supply C Da in B3 liegen An der Linie Da ist eine Garni Und weiter vorne ist noch eine gemeldet Irgendwo muss der Fein sitzen Irgendwo muss der Fein sitzen Also auf dem Surf ist eine gemeldet Und auf dem Surf ist eine gemeldet Und auf dem Surf ist noch eine gemeldet Aber ich kann halt auch nicht mehr machen als drei Malen Bombing One anzufordern Aber ich kann halt auch nicht mehr machen als drei Malen Bombing One anzufordern Ist noch ein Gerät Ist noch ein Gerät Das ist noch ein Auf der rechten Seite von Auf der rechten Seite von Ja direkt vor mir Scheiße jetzt hat er Das ist jetzt ein Dreiläufer Die Garni ist weg Ja Die Garni ist weg Auf der rechten Seite von Unsere OP ist weg Hab ihn Jungs, hatten einen Head Up Ja, der OP ist erstmal egal Ja, ich hab den Typen bei Mob Na schön Das war's. 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 Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, die hat. Das war's. 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 Das war's.